Das letzte Mal haben wir alleine gespielt, dieses Mal wieder auch, weil keine Ahnung ist es halt so. Und ja, wir spielen wieder online und dieses Mal aber schlachten. Und mal schauen wie das so ist. Vor allem wenn wir es mal alleine spielen und nicht... Keine Ahnung, schauen wir mal. Hier kann ich auch einen guten Charakter spielen. Da ist ja Geschwindigkeit nicht so wichtig, es sei denn wir haben... Ihr wisst schon. Es sei denn wir machen... Wie heißt es denn? Insignenjagd? Hoffentlich nicht. Es ist ja ein bisschen, ja, nicht so toll. Egal, wir schauen noch einmal hier kurz zu den Leuten. Sollten hoffentlich nicht zu lange brauchen. Und dann schauen wir mal. Wieder so abgadio. Ich mein, hier wäre cool, wenn wir auch dann Bomben-Dings spielen dürfen. Du bist am nächsten Schlag dabei. Ja, wie lang geht's denn doch? Oben zehn Sekunden. Ja gut, das kann ich warten. Ist okay. Ja, ja, ja. Okay. Eigentlich wäre ich die... Diese Mini... Äh, diese Schlacht... Der Schlacht-Modus voll nice. Bis auf diesen einen Modus halt. Na, was soll man machen? Aber... Wir können ja mal schauen. Vielleicht gefällt mir der ja auch in der Zukunft. Vielleicht fange ich an ihn zu mögen, den Modus. Ich glaub's ja nicht. Das wär ja verrückt. Ist ja... Schon fast typisch, um ehrlich zu sein. Ja, mal schade. Ja, mal schade. Ja, mal schade. Ich frag mich, ob man irgendwie bestraft werden kann, wenn man zu lang und zu oft das gleiche spammt. Ich hoffe natürlich nicht, weil das ist so ziemlich das Einzige, was ich in dem Spiel machen kann. Ja... Äh... 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 Ja, das find ich gut. Okay. Heieieieiei. Wie die sich hier die Punkte ergaunert haben. Aber jetzt... Über... So viele hier. Das kommt mir immer so viel vor. Einfach nur... Keine Ahnung. Ich hab Mario Kart 8... Nicht wirklich oft online gespielt. Und wenn dann halt mit... Den anderen von der Gamerrunde und so. Also ja. Ich explodier gleich. Ne, doch nicht. Wuh! Hui! Schauen wir mal. Erstmal schön... Irgendwie hier durchkommen. Uh! Yo! Äh... Äh... Nein! Ich hab ihn aber erwischt. Ja, hier, das ist so... So ne... So ne Sache... Och nee. So ne Sache, wo es nicht mehr so easy ist, aufzupassen. So, ich tu mal hier nach hinten. Vielleicht... Hüpft der Tod da ja rein. Ich glaub ich hab hier... Erwischt hier! Oh! Okay. Ich... Ich weiß... Ich weiß nicht warum... Was ist denn los? Äh! Äh! Lass mich Ruhe! Geh weg von mir! Äh! Äh! Ich bin gleich K.O. Mann! Ey, das ist das Schlimme. Jetzt... Ich hab's am Anfang mal gespielt, wo alle noch Scheiße drin waren. Jetzt spiele ich's, wo die Leute so ein bisschen Ahnung haben. Und jetzt... Bin ich natürlich voll am Arsch. So. Mal schauen. Schön Fallen setzen. Ich meine nach vorne werfen kann jeder. Aber... Nach hinten werfen? Ja. Keine Ahnung was ich da laber. Ich hab nur noch einen Ballon. Also eigentlich soll ich sterben gehen. So. Äh! Äh! Also wirklich. Weil... Hier, da... Okay. Weil, wenn ich... Das ist natürlich ja die Hälfte bei den Punkten. Wenn ich dann mit einem Ballon rumrenne, ist das nicht gerade sehr schlau. So. Ich find's cool wie man sich hier so bewegt in der Luft. So halbwegs. Auch wenn ich's nicht hinkrieg. Gottverdammt. Ich will es haben! Und... Hier! Friss meine Bombe, Link! Wow! Hui! Äh! Äh! Oho! Da war der Pisser mit seiner Krone. So. Den krieg ich. Den Drecksack krieg ich. Mh! Mehrere mit seiner Krone. Natürlich werd ich erischt. Äh! 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 Ich will nur... Äh! Äh! Oh Mann! Hier. Die sind einfach AFK. Hier frisst meine Bombe. Scheiße. Ich hab sie so schlecht gelegt, dass ich eh nicht treff. So. Oh oh. Ah! Äh! Okay, man kann nicht... Man kann auch irgendwie... Ah! Genau drauf bleiben. Dann wirf man weiter. Huah! Haaa! Fuck you! Hier wieder... Schaut euch den Pisskopf an! Hier bei dem AFK-Typ... Okay. Nee, nee. Der Typ der den AFK-Typ da hier weglungern will. Den mach ich kaputt den Arschkopf. So. Fuck you! Ah! Okay. Jetzt hab ich ein Problem! Komm schon! Wie langweilig! Oh Mann! Ich hab kaum Punkte! Äh! Einfach rumschießen! Oh! Ich hab ihn erwischt! Immer nach hinten! Gibt immer gut Punkte! Ha! Oh Mann! Ey! So schlecht! Da fühlt man sich so... So schimmelig! Egal. Ich krieg das doch irgendwie hin. Komm schon. Und... Scheiße! Ganz unten. Oh! 24... Oh! 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 Ja, am Anfang, als noch alle schlecht waren, fand ich's cool. Und jetzt... Äh, ich werd voll vernichtet. Einfach nur, weil ich keine Ahnung davon hab. Egal. Wir kriegen das schon noch hin. Keine Sorge. Oh Mann, das wird nichts. Ja, aber schade. Ja, ich merk schon, das wird hier... Wenn ich allein spiele, ist es so ziemlich das... Erste, letzte Mal, dass ich den Modus hier wähle. Oh Mann. Ja, aber wie willst du denn da besser werden? Ja, gar nicht. Ich werd einfach an dem anderen besser. Ganz ehrlich. Oh Mann. So. Was kommt denn jetzt? Gar nichts. Okay. Aber hier, dass auch am Anfang gleich so viele AfK waren, richtig... Da haben bestimmt voll viele Leute voll viele Punkte ergaunert. Obwohl das ja... Was soll das? Oh nee! So, jetzt auch noch keine Ahnung haben, ob wir einen Segnet-Race machen. Äh, ja. Schau mal mal. Vielleicht... ...geben die anderen die ja schon auf. Äh, äh. Äh, äh. Insignia, liebst du. Mag das nicht. Ich mein, ich dachte am Anfang immer, man muss den Gegner nur boxen und dann... Oh ja, du kriegst die. Insignia, nope. Du musst die auch richtig erwischt und sowas. Oh nee. So weit. Warum ist dieses was weg? Soll es. Was soll dies? Oh. Eine... Ein Pilz. So, jetzt. Hier. Der kommt gleich. Oder? Nee, der ist da oben. Äh. Scheiße. Gut gemacht. Der hat... blöden Pilze. Wirft den Purschen zu Pohnen. Okay, jetzt aber. Ein... Wie behindert der rumfährt. Aber es funktioniert. Huah. Scheiße. Wie denn? Huah. Ich bin zu dumm dazu. Ich krieg das nicht hin. Seht ihr? Ich bin einfach zu nutzlos. Äh. Ich weiß nicht mal... Ich weiß nicht mal, ob man dann den Sieg mehr damit überhaupt klauen kann. Ich will es einfach mal testen. Okay, da geht es nicht hoch. Äh. Einfach hier lang. Hui. Ich hab ihn doch erwischt oder nicht? Das... Die ist doch direkt... Der war... Ich... Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Und es ist vorbei. Wow. Ich hatte so viel Spaß. Was drinnen? Ich glaub's nicht. Was ist los, Mann? Äh. Äh. Ich mag jetzt Sieg den Rays immer noch nicht. Und ja, mir ist auch klar, dass ich all diese Modi nicht mag. Und damit meine ich nicht all diese, sondern Insignal Rays. Weil ich so schlecht darin bin. Aber, na gut. So ist es halt. Schade. Schönen Tag. Ich geb mein Bestes. Jammer schade. Aber ich kann nicht mehr. Komm schon. Dieses Mal. Ich muss wenigstens halbwegs okay sein hier in einem. Anders. Sonst fang ich an zu weinen. Dann fang ich an zu weinen. Nein, sonst. Keine Ahnung. Wie die auch immer alle die gleichen Maps wählen. Als ob die hier alle wissen, was das für Maps sind. Was es da gibt und so. Ja, ich weiß, dass sie das wissen. Aber. Schau mal mal, ob so ein Mario. Wo Mario drauf ist, jetzt die Map kommt. Nope. Ballon. Oh. Drachenballast. Ballonschlacht. Das kenn ich ja. Da bin ich vielleicht nicht unglaublich scheiße drin. Wahrscheinlich doch. Schau mal mal. Ich will gar nicht darunter. Wahrscheinlich ziemlich dumm. Ich kann so losgehen. Ich geh übrigens nicht darunter. Ich geh nach links. Ich kann mir vorstellen, dass die alle darunter gehen. Und dann alle voll am Arsch sind. So. Uh. Ich hätte nicht alles weghauen sollen. Ich habe gehofft, dass ich jemand erwische. Weil jetzt geht es ja um die Punkte, die man kriegt. Und da erst mal ein paar Fallen hin. Ein paar Bananen. Hier. Friss Banane. Ja, ich glaube es ist. Hup. Ich will immer nach hinten. Was ist das? Ich finde es Ninja Musik. So. Schauen wir mal. In der Mitte sind irgendwie Leute. Achso. Ich habe eh nichts Tolles. Hui. Verschieds gehabt. Oh Gott Gott. So. Hey du. Okay. Ich bin jetzt halbwegs geschützt. Es waren keine Bombe oder so. Dann können wir mal schauen. Ich habe eine Bombe. Komm schon. Oh. Hä. Hä. Ich habe mich erwischt. Es ist zu vieles hier los, Mann. Hier. Friss meine Bombe. Fats. Da seht ihr. Im Modus, den ich schon besser kann. Hoffentlich habe ich jetzt nicht zu früh gesagt. Fast reingefahren. So. Okay, okay. Oh. Die habe ich gar nicht gesehen. Egal. Ich habe ihn erwischt. Hui. Ich habe viel zu viele Bananen. Scheiße. Was ist los hier? Hier einfach mal eine Bombe hin. Oh. Der voller voller Seite. Alter, wo kam der denn her? Hier ist niemand in der Nähe. So. Dahinten. Oh. Ich habe gerade nach hinten geworfen. Egal. Nicht so wichtig. Ich habe es getroffen. Der Pisser da hinten. Der die Krone. Die Pisserin da hinten. Und die will es nicht hergeben. Die hat hier doofen Treibpanzer. Hier nach hinten. Hier frisst meine Bombe. Okay. Niemand ist in der Nähe. Hätte ich nicht werfen sollen. Ah. Wo kommt der denn hin? Ja. So. Jetzt aber. Da will jemand. Dieses böse Vieh. Hui. Okay. So. Hier. Für die. Ich. Fuck you. Okay. Okay. Jetzt kommt Drache. Ich mache euch kaputt. Okay. Eigentlich wollte ich nicht. Ja. Ja. Weg hier. Ich habe die Krone. Hü. 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 Hui. Hui. Und hier. Ein. Und meins. Oh. Ich wollte. Oh. Scheiße. Oh. Doch nicht. Oh. Ich habe nur noch einen Ballon. Wenn ich nicht erwischt werde. Ist alles gut. Aber der kommt jetzt. Ja. Hier Link. Für dich. Du Arschkopf. Ha. Ich habe jetzt ein kleines Problem. Die wollen mich. Ha. Hier. Fuck you. Was hat der? Was hat der? Okay. Da ist niemand gekommen. Ja. Kommt doch. Hehehe. Traut euch doch. Die können nicht von der anderen Seite kommen, oder? Okay. Los. Los. Traut euch. Hehehe. 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 Pew 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 pew. Gigi. So macht man das. Schöner Modus. Der beste Modus. In jedem guten Mario Kart drin. Ballonschlacht. Ich liebe es. Puh. Und auch nicht so scheiße wie in Mario Kart 8. In Mario Kart 8 war doch die Ballonschlacht. Volle Kacke, oder nicht? Da gab es ja nicht mal eigene Maps dafür. Soweit ich das noch weiß. Jammerschade. Ich hab gewonnen. Jammerschade. Oh mein Gott. Ah ja. Ein. Böses Vieh. Schade euch dieses Monster an. So. Jetzt noch einmal ein Match. Hoffentlich was. Wo ich jetzt nicht total mega versagt habe. Wenn ich wenigstens mit einem positiven Gedenken, Gedöns hier rauskommen kann. Und überleben. Und nicht total depressiv werde. Und das. Hehehe. So. Dieses komische was alle gewählt haben ist wahrscheinlich Bomben Gedöns. Schau mal mal. Blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl ich bei euch bin. Egal, die machen wir fertig. Die haben Gary und Aya, die haben schon verloren. Opfer. Bin ich entkommen den Gesetzt? Oh, shit. Auf der Seite war ich noch nicht. Das ist die doofe Seite. Was muss ich überhaupt machen? Einfach nur nicht gefangen werden, oder was? So viele Hinterleute. Du, 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 du. Was zur Hölle? Hui. Ah. Okay. Cool. Jetzt müssen die uns retten. Eww. Yay. Was für ein lustiger Modus. Ja. Weg hier. Ich wollte es haben. Du, nein, das ist mir Ruhe. Schnell, hier. Einfach vorbeischrechen. Hihihihih. Opfer. Hihihih. Ich bin unbesiegbar. Oh, shit. Oh. Entkomme dem Gesetzt. Es ist ein bisschen dümmer als das andere. Verpiss dich. Wie hielt das? Vielleicht können wir es rausklitschen. Hä? Wie hielt das... Genuss, dass ich keine Ahnung von der Karte habe. Chi. Woo. Noch vier. Was ist das eigentlich? Verhilf zur Flucht. Hui. Hui. Juhu. Hihie. Nein! Manchmal kann er gar nichts machen, dann. Wenn die halt von zwei Seiten kommen. Ich hätte nicht reinfahren sollen. Aber ich kenne die Maps nicht. Und ich weiß nicht, wo man halbwegs sicher ist. Oh, nee. Okay, das war anders lang. Oh, ohne Probleme. Ach, hier kann man rein, okay. Hey! Du 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 du. Hui! Nein! Ich bin easy sicher. Ich weiß nicht was ich machen muss. Gibt's irgendwie andere Punkte außer... Waaaah! Fuck you! Was ist denn überhaupt die Aufgabe? Außer überleben? Nichts oder? Muss ich nur überleben? Oh. Oh. Mir geht's gut. Du 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 du. Wie soll jetzt voll zur Seite? Ah ja, dieses seelenlose Monster war alles. Egal. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ja! Einfach nur im Kreis fahren. Ihr kriegt mich niemals. Noch vier. Was noch vier? Oh, die müssen noch so viel von uns fangen und da haben wir verloren. Okay. Shit. Ja! Ich bin verwirrt von dem Modus. Okay. Yay. Ich habe schon 100 Punkte. Schnell weg hier. Eilige Scheiße. Nie wieder mehr. Ich weiß nicht. Macht eigentlich ganz schön Spaß, aber ich spiele lieber die normalen Modi. Ich meine, Ballonschlacht ist super cool. Ei, 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 okay. Ich weiß, ich weiß, ich konnte nicht viel reden. Das war auch mein Plan, damit ich den Modus spiele, weil da kann ich mich eh nicht konzentrieren. Und dann muss ich mir nicht überlegen, was ich sagen muss. Hehehe. Hehehe. Huoh. Und darum werde ich jetzt die Folge. Das nächste Mal habe ich vielleicht ein bisschen mehr. Hoffentlich habe ich dann jemanden gezwungen, der mit mir mitspielt kann. Ich spiele meine Schwester, die dumme Kuh hier. Soll sich meine fetten Arsch hier runter bewegen und zocken, ey. Zocken gehen. Ich will zocken. Ciao. Tschüss.